Diese Münze ist über eine halbe Million Mäuse wert. Die Jungs vom Pfandhaus sind bereit, darauf zu bieten. Er will sie verkaufen. Und er weiß, dass ein hartes Duell auf ihn wartet. Hier kann der Wurf einer Münze alles entscheiden. Pfandhaus UK. Jeden Montag, 21.05 Uhr. Auf History. Sie sind bereit für das Wagnis. Wir verlassen ausgetretene Pfade. Offen für alle Abenteuer. Es gibt so viel zu entdecken. Neugierig auf jeden Menschen. Vielleicht ist seine Sammlung genauso exzentrisch wie er. Denn nur so. Es wird immer besser. Leben Sie Ihren Traum. Wow, ziemlich cool. Genau danach suchen wir. American Pickers, die Tröbel-Sammler. Morgen, 20.15 Uhr. Auf History. Hier draußen gelten meine Regeln. Wenn du was zu essen auf dem Tisch haben möchtest, musst du dein Essen vorher töten. Ihr habt ja keine Ahnung, wie gefährlich es hier draußen ist. Rechne mit dem Schlimmsten. Du bist gut vorbereitet. Nichts als Wildnis. Anders möchte ich nicht leben. Ein gefährlicher Weg, sein Leben zu bestreiten. Aber ich bin ein Mountain Man. So einfach ist das. Mountain Man. Heute, 20.15 Uhr. Auf History.